Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Jetzt muss ich mal ganz kurz, zack, da oben ist eine dumme Meldung gerade aufgegangen, jetzt gerade wo ich es gestartet habe, ist echt lästig. Ähm, lasst mich lügen, ich weiß nicht mehr genau, doch ich weiß was ich vorhabe. Und zwar machen wir mal ein kurzes Backtracking. Äh, wir gehen einmal ganz kurz zur Knieschleier-Zuflucht, denn wir haben überall etwas vergessen mitzunehmen, genauso wie, ähm, Goldenglanz, äh, ja, gut, Goldenglanz. Ja, so hieß das. Da müssen wir auch noch einmal hin, denn wir brauchen die Sammlerstücke, die haben wir nicht mitgenommen, glaube ich. Zumindest habe ich gerade, als ich im Inventor nachgesehen habe, hatten wir die nicht im Inventory. Und wir waren seitdem ja nicht mehr in der Diebesgilde, was so viel heißt wie, da fehlt was. Und zwar, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Was hat das Schiffchen? Und wir waren hier ja sowieso noch nicht komplett. Und, ähm, wir konnten uns hier noch nicht den Raum anschauen, wo Kalia auf uns gewartet hat, quasi. Und wir vom Pfeil erschossen worden sind. So. Hier. Hier irgendwo. Ja, jetzt aktivieren wir mal ganz kurz die Fallen. Oh, den blöden Bogen weg. Ein Schiff. Ein Schiff. Wir suchen hier ein Schiff. Wir suchen hier ein Schiff. Wir suchen hier ein Schiff. Wir suchen hier. Moment. Moment. Einen Augenblick. Nee. Blödsinn. So, hier nicht. Genau, Moment, Moment. So. Das ist der andere Raum mit Öl. Muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Hier, da sind wir noch nicht gegangen. Denn wir können hier für Delvin immer so komische Schätze und Statuen finden, ja. Und da gibt es zum Beispiel überall, wo wir durch eine Quest hin müssen. Hier. Da ist das Schiff. Jawohl. So. Bringt das Schiffsmodell zu Delvin. Sehr gut. Da haben wir das. Ja, man muss da immer wieder gucken. Wo der Blödsinn halt ist. Und anscheinend haben wir den Golden Glanz auch etwas vergessen. Das ist... Ärgerlich. Aber... Wow. Ähm. Zack, zack. Wir rennen da einfach durch. Aber das ist kein Problem. Wir werden einfach alles wiederholen. Ja. Und ich will auch den letzten Raum angucken. Hier. Das war der letzte Raum, wo wir... Das ist doch Delvin, oder? Hier. Dann guck an. Wow. Okay. Das war der letzte Raum. Ist ja... Ah, ist ja legerlich. Ist das. So. Bumm, bumm. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz. Hier. Ähm. Machen wir hier mal kurz den Schnellspeicherer. Dann. Gut Golden Glanz. Ähm. Ne. Wir könnten auch hier... Karte. Haben wir auch nicht geholt. Bei der Ostkaiserlichen, ja. Holen wir uns die Karte. Holen wir uns mal geschwind die Karte. Ja. Das ist... Das ist jetzt kurz das... Zurückkehren, ja. Zu den Orten, wo wir waren. So. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Warum sollte ich Ärger machen? So. Ich habe großen Respekt vor der Schule der Wiederherstellung. Himmelsrand könnte mehr Heile gebrauchen. Äh. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hier, glaube ich, muss ich rein. Und zwar müssen wir das Büro finden. Gucken wir mal, wo das Büro ist. Ein Schimmer. Ähm. Auf jeden Fall werden die mich hier immer noch angreifen. Die Dudes. Obwohl... Ne, warte mal. Das sind jetzt normale Wachen. Ihr habt hier keinen Zutritt. Also verschwindet. Wir haben hier keinen Zutritt. Okay. Das ist meine letzte Warnung. Verschwindet oder bereut es. Ich bereue es. Da guckt einer an. So hätten wir auch gehen können. Ich glaube, der Typ sucht mich noch. Wo wäre hier das... Da oben. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrad... Mhm. Nun gut. Dann rennen wir einfach schnell ins Büro. Klauen das. Dann hauen wir einfach mal schnell ab. Die 5 Gold Kopfgeld. Nyauu. Das ist ein Weg. Ich bring hier keinen um. Verdammt. Wo seid ihr hin? Ich klauen nur. Ich bin halt der schnelle Spatz. Pam. Jetzt ist's Schluss. Hier drüben. Verdammt. Wo seid ihr hin? Ach. Arriveder. Hopp. Yeah. Und tschüss. Hohohoho. Hallo Wache. Tschüss Wache. Hohohoho. Da geht er bloß. Eps. Und runter. Hallo. Tschüss. So. Haben wir die auch. Eieieieieiei. Eieieieiei. Das ist ja. Ah. Spannend. So. Jetzt geht ihr mal ganz kurz. Bums. Bums. Und gut Goldenglanz. Ah. Alles klar. Hallo. Tschüss. Habt sie euch. Tötet sie. Ich habe genug von euch. Ich lasse mich aus dem Stamm. So. Ja. Ich glaube. Wir haben da ein Rechte. Problem. Wenn. So. Haben wir auf jeden Fall mal ein Schiff. Hinter uns um die Wachen gebracht. Was ist das da? Das sieht mir. Ein bisschen danach aus. Als wir hier waren. Obwohl da gar nichts ist. Hier war. Wohl in der Schatten. Okay. Können wir schnell reisen? Wahrscheinlich nicht. Äh. Nee. Hier. Doch. Können wir. So. Im ersten Stock. Ich warne euch. Zurück. Ey. Ey. Okay. Wir werden die töten. Wir werden die töten. Wir werden die töten. So. Komm. Komm da auch ohne Schlüssel rein. Spät die Tore auf! Spät doch die Tore auf! Warum spät die nicht die Tore auf? Pam! Ja, ja! Ey, ich komm gleich hoch zu euch! Ich kann was damit zu tun. Leckt mich! So! Rampage! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ha! Komm! Zack! Dumm, Söldner! Ihr hättet mich einfach nur reinkommen lassen sollen, ja? Jetzt kann euch niemals mehr retten, ich auch nicht. Moment, zack. So. So. Das war ein Konter. So, alles gut, alles gut. Leben hier noch welche? Für mich, ja. Jetzt bringen wir es zu Ende. Na komm. Verdammt. Zack, zack, zack. Na komm her. Geht auf, solange ihr noch könnt. So. Oh, ich hab keine... Zack, zack, zack. So. So. Ihr habt schon verloren. Nur ein Schande für euresgleichen. Ihr gewinnt. Haut ab. Rennt. Ihr Kacklappen. Gleich an. So. Da drin werden wir schleichen. Erster Stock. Ähm. Hier nicht. Warte mal. Wo war denn hier der erste Stock? Hier. Moment. So. Zack, zack. Erster Stock. Und zwar auf einem Nachttisch. So. Zack, zack. Erster Stock. Und zwar auf einem Nachttisch. Kacke. Hier drüben. So. Ja. 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 Na komm. Ja. Zack. Zack. Genug. Ja. 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 Hast du. Nee. Die haben gar nichts. Auf einem Nachttisch im ersten Stock. Da steht sie ja. Jo. Au. Ja, danke. Da haben wir für daheim auch noch was. Mal aufstellen. Sehr schön. Gut, da hätten wir das auch. Dann können wir hier auch gehen. Und dann geht's ab nach Rifthorn. Ja, Leute. Da haben wir ein paar Schätzchen. Ups. Ich kenne euch doch. Du nicht. Ich kenne euch. So. Ups. Heranweg. Mal wieder. Man sieht die Leichen echt nicht. Hier drin müsste ja auch eine rumliegen, oder? Nö. Na, okay. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich glaube, einige argwöhnen bereits, wer ich bin. Seid ihr bereit, der Gilde entgegenzutreten? Jo. Haltet die Augen offen. Ich bin nicht sicher, was uns erwartet, wenn wir die Zisterne betreten. Ich bin so bereit wie sonst was, denn... Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe die Diebstahlquests immer geschafft, ja. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Also, die Taschendiebstahlquests, und zwar ohne groß rumzutricken. Oh mein Gott, ich habe sie geschafft, ohne groß rumzutricken. Also, wie heißt, wir haben einen Punkt übrig. Ja, gut. Taschendiebstahl. Ja, das ist... Das bringt mir gerade nichts. Schloss knacken, was ist denn der Punkt da oben? Was ist das, Meister? Oh. Ich habe gerade keine Ahnung, in was ich investieren sollte. Hier habe ich schon. Einhändig. Na komm. Bin bereit, Lady. Wir werden jetzt auch wieder weiter einhändig spielen. Ich möchte... Ich möchte... Ich geile Einhandskill. Ähm... Aber das ist auch blöd. Na komm, mach auch... Nee, ich weiß es. Ich weiß es doch nicht. Nrjolf. Wex und Delvich. Ihr solltet einen verdammt guten Grund haben, hier bei diesem Mörder zu sein. Bitte senkt die Waffen. Damit wir reden können. Ich habe den Beweis, dass... Keine Tricks, Kalia. Oder ich töte euch auf der Stelle. Wie sieht denn dieser sogenannte Beweis aus? Ich habe Galas Tagebuch. Ich glaube, ihr werdet seinen Inhalt als verstörend empfinden. Mal sehen. Nein, das... das kann nicht sein. Das kann nicht stimmen. Ich kenne Mercer schon so lang. Es ist wahr, Brynjolf. Jedes Wort. Mercer hat die Gilde seit Jahren bestohlen. Direkt unter eurer Nase. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt. Davin, ihr müsst die Schatzkammer öffnen. Wartet nur einen kurzen, gesegneten Moment, Brynjolf. Was steht in diesem Buch drin? Da steht, dass Mercer uns seit Jahren bestiehlt. Hallo, Betsy. Alles kam ihm auf die Schliche, bevor man ihn ermordet hat. Wie konnte Mercer eine Schatzkammer öffnen, für die man zwei Schlüssel benötigt? Das ist unmöglich. Hat er sich den Weg freigehackt? Diese Tür hat die besten Schlösser, die es für Geld zu kaufen gibt. Die kann man nicht aufbrechen. Er brauchte das Schloss nicht aufzubrechen. Wovon spricht sie da immer? Benutzt euren Schlüssel für die Schatzkammer, Davin. Wir öffnen sie und finden die Wahrheit heraus. Na dann. Die Nachtigallen. Ich hab's mit meinem Schlüssel versucht. Aber die Schatzkammer ist noch immer so fest verschlossen, wie die Rezeptschatulle des Feinschmeckers. Probiert jetzt mal euren. Also die zwei haben den Schlüssel. Delvin und Brynjolf, okay? Bei den acht. Es ist weg. Alles ist weg. Kommt alle rein. Das stimmt nicht. Salz ist noch da. Ja. Das Gold. Die Edelsteine. Alles fort. Dieser Drecksherrl. Ich bringe ihn um. Wex. Leg das weg. Sofort. Wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Doch. Wir schon. Wir müssen uns beruhigen und konzentrieren. Tut was er sagt, Wex. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Wir machen es auf eure Art. Vorerst. Delvin. Wex. Behaltet die zerschlitterte Flasche im Auge. Wenn ihr Mersa seht, sagt es mir. Okay. Hallo. Nehmt euch einen Stuhl. Und ein Getränk. Nein, ich suche nach Nasa 11. Da muss ich wissen, was ihr von Kaliya erfahren habt. Hallo. Ja, ja. Du erfährst. Irgendwann von mir ein bisschen was. Ich suche ein Buch. Wex sollte für uns besser etwas von Nasa übel sein. Die Zeit für die Rache ist gekommen. Ich suche ein Buch. Ich suche ein Buch. Ich suche ein Buch. 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 Ich werde nicht ruhen, bis Mersa tot ist. Wie konnte er Galos ermorden und uns alle dermaßen hintergehen? Das stimmt. Die Schattenzeichen. Da sind sie ja. So. Der Glossar der Schattenzeichen. Die Gilde. Dies ist das Symbol für die Gilde. Das bedeutet, hier ist es so sicher wie in der Zisterne der Flasche. Wenn ihr dieses Schattenzeichen seht, ist auf jeden Fall jemand aus der Gilde in der Nähe. Sicher. Diese Schattenzeichen hinterlassen wir für gewöhnlich, wenn wir ein Ort, was aus Baldo wird und einen Weg darin gefunden haben. Zum Beispiel einen Flur, Unifallen oder vielleicht ein Haus, das bereits ausgeraubt wurde. Wenn ihr eins davon seht und in die Richtung geht, in der ihr es weiß, seid ihr auf der sicheren Seite. Gefahr. Gefahr. Kennen wir schon. Fluchtroute. Gelegenheiten. Jawohl. Geschützt. Diese Schattenzeichen hinterlassen wir dort, wo ihr nicht hingehen sollt. Das bedeutet, Finger weg, sonst tut euer Hinterteil die Bekanntschaft mit einem Stiefel. Diese Leute stehen unter Besonderer im Schutz der Gilde und sollten nie mit ausgeraubt oder angegriffen werden. Denn Fehler, ein Diebesversteck, der sagt, dass wir immer nur nehmen und ihm jetzt etwas zurückgeben. Wenn er in den Schattenzeichen geht, bla bla. Beute, was ist wichtig, leer. Wichtig, nehmen wir mit. Ja, da haben wir mal alles. Bevor ihr bei der Suche nach Mersa helft, muss ich wissen, was ihr von Kalia erfahren habt. Sie wollte Mersa vor Maven schlecht machen, was? Gerissen. Gab es sonst noch was? Ja. Was? Nachtigallen? Ich dachte immer, das sei nur ein Märchen. Eine Möglichkeit, den Gildennachwuchs auf Linie zu bringen. Hat sie euch sonst noch etwas erzählt? Das habe ich befürchtet. Dem letzten Eintrag in Galos Tagebuch nachzuurteilen, war er kurz davor, Mersas Aktionen aufzudecken. Sonst noch etwas? Nein. Dann habe ich eine wichtige Aufgabe für euch. Ihr müsst in Mersas Haus einbrechen und nach Hinweisen über seinen Aufenthaltsort suchen. Okay. Ja. Ein Geschenk des Schwarzdorn-Clans, nachdem sie die vorherigen Besitzer rausgeworfen hatten. Es heißt Gut Riftwald. Alles klar. Er ist nie da und zahlt eigentlich nur Instandhaltungskosten. Ein Typ namens Wald bewacht das Haus. Okay. Seid vorsichtig, Mädchen. Das ist wirklich der letzte Ort in Himmelsrand, an den ich euch schicken möchte. No problem. Findet einen Weg hinein. Holt die Informationen und verschwindet wieder. Ihr dürft jeden erledigen, der euch im Weg steht. Okay. Okay. Eine bessere Frage wäre, was ist noch da? Mersa hat alles mitgenommen, selbst unsere gesamten Pläne. Vor Mersas Übernahme hatte Gallus alle möglichen Informationen über potenzielle Raubüberfälle für die Gilde zusammengetragen. Museen, Festungen, Anwesen, einfach alles. Als Mersa die Gilde übernahm, hatten wir bestimmt ein paar Dutzend davon. Alles klar. Keine Ahnung. Diese Tür ist unüberwindbar. Sie ist nur mit zwei Schlüsseln zu öffnen. Ich habe einen, Delvin hat einen und Mersa hat einen. Das war's. Es gibt keine Nachschlüssel. Hm. Alles klar. Seid in Mersas Haus vorsichtig. Ich will niemanden mehr an diesem Wahnsinnigen verlieren. Ja, keine Sorge. Ich werde mich darum kümmern. Aber vorerst, geben wir mal kurz die Quests an. Tralalididi. Tralalididu. Delvin. Keine Zeit für lange Worte. Und hier die Belohnung. Yay. Und es wartet noch viel mehr auf euch. No problem. So. Kann ich mir in Zwege Rätselkiste? Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Das ist ganz schön was wert. Mein Glückwunsch. Bitte sehr. Das sollte ein Lächeln auf eure Lippen zaubern. Achtung Gold. Jawohl. So, zusätzliche Aufträge. Ich bin für die Diebstähle. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Hauptzug. Manchmal ist doch ganz... Sagt mir nicht über einen Raubzug erzählen. Die Aufträge müssen sauber und leise erledigt werden. Hier sind die Details. Ja, ja. Hier. Da. Da. Karte aus Kaisern. Oh ja. Nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine Sch... Dies dürfte euch für euren Fund entschädigen. Oh ja. Wenn ihr wieder einmal... Ja, ja, ja. Du wiederholst dich. Das sollte eure... Oh ja. Wenn ihr wieder... Was für ein herrlicher Fund. Dies dürfte euch dafür entschädigen. Ich muss mich konzentrieren. Oh, ihr seid wieder da? Dann wollt ihr jetzt wohl bezahlt werden. Ja. So. Wenn euch solcher Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Was haben wir gemacht? Bei Ihnen gibt es etwas Direktor ausräumen. Einen der schnellsten... Wenn ihr Interesse habt, was sagt ihr? Ja. Gut. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Danke. So. Das Ausräumen. Und... Oh, warte mal. Schneeschuhe? Warte mal. Schneeschuhe in Rifton. Ein Beißlauf. Jojo. Es ist eine Sache zu behaupten, dass man die Fertigkeiten eines Diebes besitzt. Es ist... Zack. Aber... Ja. Ähm... In der nächsten Folge... Werden wir... Oh, guck mal. Hier sind die ganzen Sachen. Ich kann nicht glauben, dass das passiert, Mädchen. Ich kann nicht glauben, dass das passiert, Mädchen. Ja. Ich hoffe, er kommt bald. Für seinen Verrat wird er sich verantworten müssen. Genau. Für seinen Verrat wird er sich verantworten, aber erst in der nächsten Folge. Leute. Tschüss. Musik. Bis zum nächsten Mal.